Vielen Dank! Es ist ein schönes Wettbewerb. Es ist ein schönes Wettbewerb. Es ist ein schönes Wettbewerb. Aber es ist sehr schwierig. Es ist zu schwierig, schnell zu fahren. Aber ich bin total okay. Ich habe mir gedacht, um schneller zu fahren zu fahren. Vielleicht zu versuchen, unter 5 Minuten zu fahren. Ich konnte das nicht machen. Ich bin nicht so glücklich. Es geht gut. Ich bin mit Erloy, mit der Junggruppe, mit Andrei und alles. Es geht gut. Es muss sich auf der Athletik zu fokussieren. Es muss sich für den Sport zu haben. Es muss sich Zeit für den Sport zu geben. Es muss sich für den Sport zu arbeiten. Es ist sehr hart und ich muss den Sport zu聚. Es ist nur ein Ding. Es ist ein Wettbewerb. Wir sind vieles. Wir haben manchmal gew precis in Europa. Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Aber es geht an der Sport an, wo es so eine Erwartung ist. Es ist sehr schön. Es ist eine gute Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020